Im Namen von Go4Mobile begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Video. Informationen sind bisweilen sehr wertvoll oder müssen von Gesetzeswerken geschützt werden. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Ihre Produktivität steigen können und gleichzeitig die sensiblen Daten geschützt bleiben. Der Schutz wird primär über zwei Funktionen erzeugt. Zum einen sorgen wir dafür, dass Passagen aus den Dokumenten nicht in unsichere Apps kopiert werden können. Zum anderen stellen wir sicher, dass sensible Dokumente nur in sicheren Apps geöffnet werden können. Lassen Sie mich das demonstrieren. Wie Sie sehen können, befinde ich mich hier gerade in der gesicherten Docs at Workup und ich öffne ein sensibles Dokument. Ich kopiere einen Teil des Textes und füge ihn im selben Dokument ein. Dies funktioniert problemlos. Wechsle ich nun in eine ungesicherte App, beispielsweise in die Notizen von Apple, kann ich den Text nicht mehr einfügen. Zurück in Docs at Work funktioniert das Einfügen wieder problemlos. Versuche ich das gesamte Dokument in einer ungesicherten App zu öffnen, wird auch das blockiert. Ich kann also das Dokument weder in die normale Mail-App noch in der Dropbox-App öffnen. Das Öffnen funktioniert jedoch bei der gesicherten Mail-App von Mobile Iron, weil diese App als zulässig klassifiziert wurde. Wie Sie sehen können, bleiben Ihre Dokumente durch diese Massnahmen in einem genau abgesteckten und von der IT definierten und kontrollierten Perimeter. Selbstverständlich können die geschäftlichen Daten bei Bedarf einfach und sicher gelöscht werden. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Zürgen Sie nicht weiter. Mobiles Arbeiten ist effizient und dank unseren Lösungen auch sehr sicher. Kontaktieren Sie uns jetzt und erhalten Sie eine kostenlose Offerte. Wir sehen uns beim nächsten Mal.